Flo, gefordert wurde heute der erste Schritt in die richtige Richtung. Man kann wohl sagen, das war der erste Schritt, oder? In die richtige Richtung. Ja, ich denke, es war ein ordentliches Spiel. Wir wollten stabil stehen, eine gewisse Ordnung haben und ja, aus der Ordnung dann gut nach vorne spielen. Wir haben zu Null gespielt. Das war ein erster Schritt auswärts hier in Köln. Es ist nicht so einfach. Wir haben wenig zugelassen, ein paar Distanzschüsse. Aber grundsätzlich ist das Gebilde gut gestanden und das wollten wir von Anfang an. Das haben wir geschafft und alles andere kommt dann nach und nach. Das war ein guter Anfang, worauf wir aufbauen können, sicherlich. Markus, 0-0 hier in Köln. Der 1. FC Köln hat eine viel gelobte und gefürchtete Offensive. Wenn man da zu Null spielt, kann man, glaube ich, mehr als zufrieden sein, oder? Ja, ich glaube, wir haben uns heute zerlegt, was das betrifft. Wir haben die klaren Torchancen gehabt, hätten führen müssen zur Halbzeit, haben sehr gut verteidigt. Wir haben, glaube ich, in der zweiten Halbzeit überhaupt keine Torchancen zugelassen. In der ersten Halbzeit eine wirkliche in Köln. Na ja, Hut ab. Also von dem her können wir defensiv auf jeden Fall zufrieden sein Offensiv kommen von alleine.